Willkommen zu meinem Übungsvideo über die zwei Verben make und do. Im vorherigen Video haben wir Mr. Make und Mr. Do kennengelernt. Ihr solltet dieses Video unbedingt angeschaut haben, bevor ihr die folgenden Videoübungen macht. Okay, lasst uns anfangen. Let's beginn. Exercise number one. Auf der Tafel seht ihr eine Liste von Wörtern, die entweder zu dem Verb make oder zu dem Verb do passen. Ordne die Wörter nach links oder rechts ein, indem ihr erst auf den Pausenknopf drückt und auf einem Zettel die Lösungen schreibt und dann wieder auf Play drückt, um die richtigen Lösungen zu erfahren. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Vielen Dank.